Robert ist aufs Land gezogen in ein kaputtes Bauernhaus. Er sitzt jetzt da, es regnet rein, er sieht glücklich aus, doch der Mittelschicht entkommt er nicht. Inken ging nach Indien ins Tantra-Seminar, sie hat ihr Becken gefunden, sie bleibt länger da, doch der Mittelschicht entkommt sie nicht. Lass die Kerne, in denen du leben, es gibt keine Alternativen, bleib rechts hinter und hetero, es ist besser so, es ist besser so. Pauli ging ins besetzte Haus, er hatte viel davon. Nazis schnallt den falschen Mann und macht es so wie Möllemann und immer gutes Gras auf dem Balkon. Bertha wurde Brokerin, ihr Business tut gut brummen. Oh Bertha, du bist so durch die Decke geflogen, du geile Selfmade Woman, doch der Mittelschicht entkommt ihr nicht. Lass die Kerne in den Oliven, es gibt keine Alternativen, bleib links hinter und hetero, es ist besser so, es ist besser so. Und der Schuster schustert Schuhe und der Torwart steht im Tor. Und die Frau sucht vor Verpflegung und der Mann für den Komfort. Silke konnte gar nichts, das war ihr Problem. Ich spreche jetzt in den Eimer, sagt Paulik, ich bin extrem. Es liegt ein Fluch über dem Guinness Buch. Lass die Kerne in den Oliven, es gibt keine Alternativen, bleib mittelgroß und hetero, es ist besser so, es ist besser so. Und der Großvater sprach zum Enkelmann, du kleiner, blöder Enkelmann, ist mit den Füßen oder mit den Gesichtern der Mittelschicht entkommst du nicht. Das war's.